Thorsten, du bist jetzt im zweiten Jahr bei Borussia Dortmund. Du hast vorher bei Werder Bremen gespielt. Was ist so das Besondere an Borussia Dortmund? Ja, ich denke, das ist ein super Verein, super Stadion, super Fans. Ich fühle mich hier sehr wohl und habe auch meine Entscheidung noch keine Sekunde bereut. Jetzt werden nächstes Jahr 83.000 Zuschauer im Stadion sein. Freut man sich schon auf dieses Ereignis? Ja, klar freut man sich. Wo spielt man schon mal vor so vielen Zuschauern und auch noch vor den eigenen Fans. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Und gut, wir möchten natürlich auch den Zuschauern wieder einigermaßen vernünftigen Fußball bieten und nicht so einen Gekicke wie letztes Jahr. Ist es manchmal auch so, dass eventuell diese Massen von Fans die Mannschaften ein klein wenig erdrücken? Ja, natürlich. So schön es auch ist, so viele Fans zu haben, aber wenn es halt nicht läuft, ist es genauso schlimm. Es ist auch richtig schlimm, dann pfeifen die Fans halt auch wahrscheinlich dann zurecht. Aber für uns Spieler ist das schon ein besonderer Druck dann. Jetzt vielleicht einfach noch so einen Satz an die Fans für nächstes Jahr. Irgendwas, was dir spontan einfällt. Spontan? Ja. Ja, hallo Fans. Ich verspreche euch nächstes Jahr, dass wir alles geben werden, um einen besseren Tabellenplatz zu haben als letztes Jahr. Spontan? Bis dahin. Iya. Bis dahin. Vielen Dank.